Ja, einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück zu DBD. Ja, wir zocken mal wieder mit Freund Plauen. Also die letzten beiden Runden waren ja besetzt ziemlich in Ordnung gewesen. Und ja, guck mal, da hinten rennt er schon irgendwo der erste. Huch! Du brauchst ihn jetzt hinzuschauen. Hat der gut geklappt, ne? Warte mal, eins, zwei. Uh, da vorne haben wir einen kleinen Weißen. Dann nehmen wir den hier vorne. Der ist schön, der gefällt mir. Ich weiß nicht, ob ich die Neuaufgabe hatte, mit ihrer Taschenlampe mich zu blenden. Oder irgendwie, oder irgendwie... D-d-d-d-d-d. Fängt ja den Nächsten an, ja. So, hier vorne haben wir gleich wieder einen Weißen. Sehr schön, das krägt mir. Alles gut, du hängst gleich. Ich frage mich, warum manche hier so komisch rennen, die irgendwie der Arme so über den Kopf schlagen, die da total so verwirrt rumrennen. Guck mal, hier ist gleich Weißen, sehr schön. Und so verpuffen nochmal 15 Prozent. Schade. Ich weiß nicht, wo der Typ hin ist, aber ist egal. Was ist denn hier drin? Ich hab halt auch nicht gesehen, ob der Weckerrand ist. Ich hab halt bloß gesehen, dass er die Arme so komisch über den Kopf geschlagen hat. Da guckt er hinten, rennt was. Warte mal, da gehen wir mal hier rum. Weil nämlich genau... ...ich will ich. Das hat's jetzt gebracht. Die gehen mir um den Sack. Boah, die haben den Haken weggemacht. Die Schweine. Das ist egal, so. Ach, die ist gleich rausgegangen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die ist gleich rausgegangen. Oh mein Gott, die ist gleich rausgegangen. Oh mein Gott. Na, was ist los? Immer schon die große Presse haben, gerne. Und dann wegrennen. Na, wie schön das ist, hä? Hallo? 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 Man lasst den ersten verletzten. Oh Mann. Was ist denn ja los mit euch, sage mal. Was ist verschissen los mit euch? Ihr macht das doch als Witz, oder? Arschloch. Alles schick? Macht ihr das aus purer Dummheit, oder was ist los mit euch? Tja, wenn man langsam mal so ein bisschen Silwasser getrunken hat, dann klappt das auch irgendwann mal. So. Jetzt hängen sie alle schon zweimal. Sehr cool auch unten. Ich nehme die gelbe Brühe gar nicht. Ich nehme immer das. Da sind die immer schön leicht betäubt. Was gut ist. Und die bleibt's. Huch. Und die bleibt auch noch hier stehen. Mann, Mann, Mann. Ey, was ist denn ja los mit euch? Also. Tschüss. Tschüssigen. Das wird mal ne schnelle Runde. Und tschüss. Ja, was willst du denn? Komm, hau ab. Komm, hau ab. Komm, fort. Fort mit dir. Ja. Was will er denn jetzt von mir? Was will er denn von mir? Ja, wie gesagt, den lasse ich raus. Ich meine halt, die, 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 die zwei. Die zwei mit der Taschenlampe, die haben sich ja wirklich angestellt, wie, wie das erste Auto. Ist das jetzt nicht eine gute Luke? Na, ich hab keine Ahnung. Die Musik ist halt so laut. Ja, wir rennen halt einfach nachher. Egal. Ja, aber ich danke euch schon mal fürs Einschauen, fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die, ich hoffe, euch hat die schnelle Runde gefallen. Ja, dann war's noch für die Folge und dann bis zur nächsten Folge. Tschau, tschau. Ja. Tschau, tschau. Tschau, tschau. Tschau. Bis zum nächsten Mal.